Jo Freunde, herzlich willkommen zur 19. Folge Zorro 3 mit dem schnaubi Hast du schon wieder reingeschrieben, wirst du joinen? Äh ne Jo dann machs mal noch kurz Jetzt Er schreit, er schreit Und pastet? Jo, gern... ja, gern 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 Jo, bin drauf Yes, yes Oh god Ja, ich bin im Ozean Wirst du nicht sterben Nein, nein, alles gut Aber ich schwimm jetzt hoch Ich bin an der Border im Ozean und ich weiß nicht, wo Land ist Mhm Komme Auf jeden Fall Ich bin komplett im Ozean Warte, mach ich schwimm kurz mal da unten hin und mach mir Craft mit dem Boot Mhm So, Hoffnung Ich werde Damage bekommen wahrscheinlich Okay Jo, ein Jahr zu leicht Ein halbes Okay Ähm Ähm Mein Boot fährt weg Unfair Hä? Man kann nicht ins Boot rein WTF Ich komm nicht ins Boot rein? Ich komm nicht ins Boot rein Okay, ich bin auf dem Weg Ich komm nicht ins Boot rein WTF ist das denn bitte? Nein, ich komm nicht rein, ich darf nicht Los Hier vorne ist so eine Mini-Insel, aber die ist halt an der Border und nicht an der richtigen Seite Okay Nein, ich komm nicht rein Jules, hast du auch schon gesagt, dass du nicht rankommst Ja, ich versuch's halt die ganze Zeit nochmal Lol Warte mal, da vorne geht's auf jeden Fall weiter, vielleicht Richtung Spawn Maybe Okay, ich bin in Höhe 39 Ja, jetzt sagen wir deinen Quartz 496 minus 610 Okay Ah, okay Ich bin 300 und minus 900 Okay, ich bin auch im Wasser Schaff ich, schaff ich, schaff ich, aber ich bin am Berg, das ist ganz gut Nice Also hier geht's grad so ein bisschen am Land entlang, aber ich glaub irgendwann kommt das Wasser wieder Oh mein Gott Ich glaub ich schaff nicht zu... Ja, lass uns aber heute Abend Spawn treffen, ist eh keiner drauf Zuckerraum müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal mitnehmen, oder? Nein, nein, alles gut, nein Aber Tiere wär ganz gut wegen Essen Wir haben zwar im Arm in der Chest was zu essen, aber... Nein, ja, trotzdem Trotzdem mal mitnehmen Also wir haben, glaub ich, ein Stack Essen im Ungebraten in der Chest, von daher Ja Ja, okay, sieht doch ganz gut aus bei mir Hier sind ein paar Bühne, oder? Mhm Das kann ich wegwerfen Das ist richtig schön Nacht und Regen soll schon irgendwie... ... ... ... ... ... ... Was eine luste Spinne Hey, was will denn die Spinne jetzt von mir? Ja, ich bin auch gespawn auf 244 minus 116 Ja, 70 Du bist 200 Blöcke vor mir, aber naja, egal Egal Das warst du jetzt Minibaby-Villager-Zombie-Lol Mini Baby-Villager-Zombie-Lol Mh Ach, da, okay Warte, wo muss ich denn? Ach, hier Was ist das? Selbstschuss, auch hier Ja, wenn wir wieder Team entweder werden, egal oder lass uns Ja, wo ist denn halt, Alter? Ja Da, wo uns ein Melon aus in die Richtung Ah, okay Die können wir vielleicht übrigens wieder abbauen Jo, hi Ach da Ach da Ach da Hier oben drauf ist die Guck, frei viele Bratbücher und so Warte, stell mal kurz Stell mal erstmal den Ofen auf, damit wir mal kurz was braten können Ähm, jo Ich hab 44 Dias WTF, Alter Gib mal, gib mal deine Dias Ja Ja, hier Es sind noch 8 über, ne? Mhm Mach hier Hier, hier, hier Ja Irgendwie noch Und da ich 28 Level hab, will ich in Jeter gehen Lull Ja, ich hab 21 gerade Ah, können wir Soll, der Dias gejoint Ja, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns Scheiße, ich bin ja mit Blümchen auch Komm mal weg Ähm Wir sehen uns nicht Komm drauf 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 Erst alleine, erst alleine Erst alleine Komm, den holen wir uns Komm, den holen wir uns Ja, hier Er hat die Perl, Perl hinterher, Perl hinterher Perl hinterher Komm halt nicht hinterher Frage, ich kann nicht, ich kann ja nicht sprinten What? Es was, es was Ich hab kein Essen mehr Warte, ich kann dir was droppen Warte, ich kann dir was droppen Frage, ich kann mal nicht hinterher Frage, ich kann mal nicht hinterher Scheidert Ja, ich bin, pass auf Komm zu mir kurz bitte, wenn es geht Alles gut Hier, acht Steak Er wird zu seinem Maid gehen, also von daher alles gut Lol, ich hab ihm nur Borek gegeben, aber er hat mich gezeigt Ja, das ist meistens so Leider Lol Was heißt das Pass auf, sobald sein Hast du da Ender Perlen unten? Äh Ja, jetzt so Gut, weil falls sein Maid kommt, er wegperln Weil da haben wir keinen Bock drauf Hab ihn getroffen von hinten Nice hit Hab ihn auch getroffen Er fighted Er hat nochmal gepurlt Einfach hinterherlaufen Er, wir haben ihn so gedraint Er ist hier vorne, ich seh'n Lol, geleckt Ja, der ist da Ja, der ist da Lol, bei dem Müllchen ist Wenn der Müllchen ist, der Müllchen ist, raus Ja, dann können wir den holen Drauf Boah, jetzt zieht so viel Oh Ren du mit Wasserläufer vor, ich spam ihn Mhm Du bist alleine jetzt, ich komm irgendwie rüber Ich versuch' rüber zu kommen Du bist alleine, geh hinterher, geh hinterher, geh hinterher Komm, null du uns Der ist alleine, komm Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Der hat bisher noch nicht zurückgeschlagen, Alter Der ist sau weit weg Oh, wir gehen wieder zum Spawn Wir werden wieder zum Blümchen gehen Ich bin weit hinter dir Ich bin weit hinter dir War er da drauf, oder? Ja, war er da drauf, wir haben eine richtige gedraint Wir haben einen richtig gut gedraint Da vorne ist er Lol, er ist weg Lol, er ist weg Er ist weg komplett, ja Der Juli ist jetzt angreifbar, hä? Eiläu, was hat er alles weg? Da ist bei dem Blümchen Da ist bei dem Blümchen Ok, weg, weg, weg Rennen, 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 rennen Einfach weg Einfach weg Komm, rennen Ja, alles gut Wir haben sie gut gedraint Wir haben beide gut gedraint Wir haben fast nichts abgekommen selber Ja, weg, 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 weg Weil er hat uns gut damage gemacht Hast du die Dias aufgesammelt? Ach, Dias? Ja, hab ich Weg, weg, dann komm weiter weg Alter Weg, 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 weg Loll Alter Nein, ich bin eingeladen Nein, ich bin drin Alles gut, alles gut Weg, 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 weg Zwei Herzen, zwei Herzen hat er Wollen wir nochmal drauf Ich hätte schon Bock die zu verhalten Ich weiß ja nicht wie deren Dings aussieht Chill mal, chill mal, chill mal Bleib mal hier Hilf mir mal kurz, bitte Der Hälfte ist halt blöd, Alter Man darf nicht direkt Spawn treppen, hä? W-w-w-was? Woh, direkt von euch aus Haben dich kurz laufen lassen, WTF, Alter Hä? Und da waren keine Wände Ich hab so eine franke Leck jetzt bekommen Ey, ich hätte schon Bock wieder drauf zu gehen So, komm lass das Spawn gehen Einfach mal auf Verdacht Und dann Dead Judy raus- Raustargetten wegen Rüstung Ich hab's bekommen, schade Musste dreimal gappen, ja Dafür, dass er nur dreimal gappen musste, ist das krass Ja, wir hatten ihn, wir hatten ihn Und zweimal pearl'n Ja, ich hab auch einmal gepurlt, aber egal Ah, ich hab die zweite, meine zweite noch Der ist da Wo? Ah, nee, der Creeper war hinter dir Lass mal spawnen Ich glaub, die sind auch weggerannt Trotzdem war das Spawn-Trapping Nee, woher sollen... Was ist denn da? Ich will dich, wo denn... Da läuft's schon Hä, nein, ich hab ihn sogar extra noch... Ich hab... Ich kann's in meiner Aufnahme sehen Wir müssen bitte kurz mal ein bisschen was jetzt machen, Alter Also ja, essen Ja, wenn ihr nicht mehr hättet Ja, aber chill mal kurz Äh, sind die in der Nähe... Ich... Wir müssen halt Ausschlag halten, weil... Ähm... Warte, komm mal hier... Komm mal ein bisschen weg Ich will, dass sie zum Spawn gehen Komm mal ein bisschen weg Ja, sie hat mir gar nicht Essen reingetan Das was gerade blöd war Ja, da vorne ist ja, da vorne ist ja Da vorne sind sie Da vorne sind sie Auf den Rechten, der ist Poison Auf den Rechten Auf den Rechten Aber wir dürfen nicht so viele Pfeile verschießen Egal, alles gut Wir feiten sowieso jetzt Der ist im Wasser... Hat einen Hammer Soll ich pöllen zu ihm? Soll ich zu ihm pöllen? Versuch Ich hab nur noch drei gebraten, das Essen, gell? Ich auch noch drei Nein, scheiß drauf, nicht warten Scheiß drauf, komm drauf Ja, warte kurz, geh weg, geh weg, geh weg Ich bin nicht da Ja, alles gut, alles gut Der wegen ne Trap, safe haben die ne Trap Hab der Dewey noch mal Pfeile wieder aufsammeln Jojo Wir drehen die so gut Und wir haben Gaps Also alles gut Hast du Essen für mich? Ungebraten Egal ob ungebraten Gib mal Essen Hm, ich hab hier noch einen gebraten jetzt Und hast du noch irgendwas... irgendwas rumgebraten aus? Hier... hier ist... hier ist... äh... Ach ja, lass mich... lass mich... lass mich... lass mich doch gehen Lass mich doch gehen, ich hab... Soll Ganz gut Wir müssen erst mal ein... LoL, wir sind wieder gebaut Sag jetzt nicht, die wollten sowas machen wie... äh... Hauptnarrtes gemacht hat Hier... hier sind vier... äh... Dinger tri See Schacht... wo sind T, wo sind die, wo sind die... Schwarfe... schaf, wo sind sie... thermll... wo sind die? Wir müssen erstmal Honey hurlen? Adi das im hinteren, da... da所 um Nein, wir werden das kicken. Nein, wir werden das kicken. Weiter an drauf, einfach weiter drauf. Tut dich immer voll, wenn du kannst. Wenn einer gekickt wird, wir müssen halt... Das Problem ist, die werden auf Kicken spielen, die werden einen von uns kicken lassen. Deswegen Enderperle immer unten lassen und dann weg. Lol, der eine ist da runter. Nein, nein, lass nicht hinterher, lass nicht in die Cape hinterher. Nein, nein, gehen wir auch nicht, gehen wir auch nicht, gehen wir auch nicht. Ne, lass nicht hinterher, weil die werden uns dann wirklich... Ja, komm weg, komm weg. Und da haben wir dann keine Chance mehr gekickt. Ja, ich auch, gut. Puh, Alter. Nein, aber wir haben geil gefeiert, wir haben gut gefeiert. Ja, ja, das ist gut. Oh, GG. Aber krass, Alter, wir haben kaum was abbekommen. Das hat mich eigentlich überrascht, dass sie nicht stückt. Ja, weil der eine nur weggerannt ist. Und danach sind die auch weggerannt, weil wir denen so viel Damage gemacht haben. Ja, aber also... Wir müssen nächste Folge, müssen wir den... Nicht daran reparieren und so, ja. Nicht daran reparieren, ganz wichtig. Jo, Freunde, also auf jeden Fall war es wieder eine sehr geile Folge. Auf jeden Fall. Hast du auch nicht einen Gap gewastet? Ne, hab ich nicht. Alles gut. Ich auch nicht, ja, perfekt. Ich hab nur eine Folge gewastet. Ja, wir müssen dann halt nächste Folge wirklich Essen braten. Und in jeder Andere zu reparieren. Ja. War, war geil. Hat auch gut gepasst jetzt mit dem Essen am Ende, dass wir nicht, nicht, wo wir nicht hatten und so. Ja. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht heute. Boah, Like und Abo da lassen. Wir brauchen keine Gap. Ja, gerne. Like und Abo da lassen und... Was? Ich hab nichts davon gehört. Ciao. 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 Ciao.